Also wir brauchen ein Intro für den Mascara-Vergleich. Ja, ich freue mich, das wird noch besser als das letzte. Ja, schieß los. Ja. Ah, ich hab's. Nee, doch nicht. Hm. Ah, ich hab's. Ah, nee, vergiss es, vergiss es. Ah, warte, wir könnten... Ah, nee, das ist auch schlecht. Überleg weiter. Also, wenn man... Nee, vergiss es, vergiss es. Eine singende Mascara. Singend? Ah, ich glaube, ich hab die Idee... Nee, das funktioniert nicht. Andere ist nicht zu toppen. Hi, ihr wundervollen, ja, ungefähr genau so lief's wirklich bei uns ab. Wir haben uns den Kopf zerbrochen, aber wir konnten einfach das letzte Intro nicht toppen. Deswegen verlinke ich euch hier nochmal meinen letzten Mascara-Vergleich. Schaut unbedingt rein, das Intro hat mir so viel Spaß gemacht oder uns so viel Spaß gemacht. Es ist wirklich witzig geworden. Ich schau's mir selber gerne an, wenn ich mal schlecht drauf bin. Also klickt euch unbedingt rein. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Teil 2 von meinem Mascara-Vergleich. In diesem Mascara-Vergleich habe ich sowohl High-End-Mascara als auch günstige Drogerie-Mascara vereint. Und die erste Mascara ist von Clinique, die High Impact Extreme Volume Mascara. So sieht die aus. Die ist außen ganz normal silber und sie hat ein sehr, sehr großes, dickes Gummibürstchen. Das hat mich damals wahnsinnig angesprochen. Ich finde, bei der Mascara ist es so, dass sie sehr, sehr schmierig ist von der Wimperntusche selber. Das macht sie, finde ich, ein bisschen schwierig so zu tuschen. Und sie verklebt auch die Wimpern. Das sieht man auch bei dem Foto, finde ich, ganz gut. Sie verklebt wirklich die Wimpern ein bisschen. Sie trennt sie nicht so gut. Aber sie schenkt ganz gut Länge, finde ich. Also sie heißt ja eigentlich High Impact Extreme Volume. Das finde ich gar nicht so sehr. Ich finde eher, dass sie Länge schenkt. Das Problem, was ich mit ihr habe, diese schmierige Mascara färbt bei mir wirklich hier oben ab, leider. Also sie hält nicht den ganzen Tag. Und sie hält auch den Schwung nur mittelmäßig. Und das finde ich halt für eine Mascara, die im High End Bereich ist, zwar noch eher im unteren High End Bereich, aber trotzdem, da erwarte ich definitiv mehr. Und deswegen ist die leider für mich durchgefallen. Als nächstes eine sehr, sehr günstige Mascara. Und zwar von Catrice, die Glamour Doll Volume Mascara in Waterproof. Ich benutze nicht sehr häufig Waterproof Mascara, aber da habe ich zu der gegriffen, weil so viele, die so, so loben, gerade die wasserfeste Variante. Die kommt ganz normal auch mit einem Gummibürstchen, das sehr dünn ist. Und die Mascara wird, das merkt man schon beim ersten Mal, sehr gut abgestriffen. Also es ist nicht sehr viel Mascara am Bürstchen. Es ist ideal und das sieht man auch am Ergebnis. Die Mascara trennt wahnsinnig gut. Das finde ich wirklich bemerkenswert und richtig toll. Also die schafft eine super Trennung. Da muss ich auch nicht nacharbeiten mit einem Bürstchen. Dadurch ist natürlich auch das Volumen, finde ich, ganz gut, weil sie eben gut trennt. Die Länge finde ich nicht so spektakulär. Da gibt es wirklich bessere. Aber wie gesagt, das Volumen allerdings. Und das ist ein großes Manko für mich. Sie ist waterproof und färbt bei mir ab. Ich muss dazu sagen, ich pudere mein Gesicht nicht ab. Das ist dann immer noch mal ein bisschen was anderes. Trotzdem habe ich viele Mascaras, die nicht abfärben bei mir. Die hier färbt ab, obwohl sie wasserfest ist, was ich wahnsinnig schlecht finde. Ansonsten würde ich sie sicherlich öfter benutzen, weil ich sie wirklich gut finde von der Trennung her. Aber sie hält auch den Schwung nicht ideal. Das finde ich auch schade, weil bei einer wasserfesten Mascara erwarte ich das einfach. Ich weiß, viele lieben sie. Bei mir ist es eher so ein Mittelding. Kann man, aber muss man nicht. Als nächstes kommen wir zu einer Essence-Mascara. Und zwar zur Lash Princess Volume Mascara. Die hat ein normales Bürstchen, das so ein bisschen geschwungen ist. Also es hat so ein bisschen einen Bauch. Damit, finde ich, kann man sehr, sehr gut tuschen. Ich liebe das, wenn die so einen Bauch haben. Da kann man richtig schön an den Wimpernkranz gehen und ganz, ganz toll tuschen. Ich mag die Mascara sehr gerne für den Alltag, wenn es schnell gehen muss. Man kann damit sehr schönes Volumen erreichen. Nicht besonders viel Länge. Also eher gar keine Länge, finde ich. Aber sehr viel Volumen. Und das mag ich. Und sie trennt ganz okay. Und sie ist unkompliziert. Und ich mag sie. Die Haltbarkeit vom Schwung ist mittel bis schon in Richtung ganz gut. Was mich sehr überrascht, weil die ja nicht wasserfest ist. Sie färbt minimal ab. Minimal. An heißen Tagen oder wenn ich schwitze oder so, färbt sie minimal ab. Aber auch das, finde ich, für eine Essence-Mascara, die nicht wasserfest ist und die unter 3 Euro oder 3,25 Euro kostet, finde ich das einfach nur grandios. Also das ist, finde ich, so eine Go-To-Mascara. Die nimmt man, wenn man jetzt nicht viel Geld ausgeben will. Die funktioniert, aber ich finde sie jetzt auch nicht überragend. Jetzt befinden wir uns wieder im High-End-Bereich. Und zwar bei der Hypnose-Mascara von Lancome. Die wurde mir vor langer, langer Zeit zugeschickt. Und zwar ist das über ein Jahr her. Da habe ich bei dem Beauty-Blog-Star-Contest mitgemacht. Oh mein Gott, das ist so ewig her. Und zwar war der von Lancome eben. Und ich bin unter die, ich glaube, Top 5 waren wir bei der Rebecca Flöter gekommen. Und dann haben wir eben ein ganzes Package bekommen mit Schminke von Lancome, um uns damit zu schminken für einen bestimmten Look im Rahmen dieses Wettbewerbs. Auf jeden Fall, seitdem habe ich die. Die hat ein normales, sehr einfaches Bürstchen. Also da ist gar nichts Besonderes dran. Auch hier habe ich das Problem ein bisschen, dass ich die Tusche ein bisschen schmierig finde. Ich finde, sie macht leider keine gute Trennung und sie macht keine gute Länge. Sie hält den Schwung nicht gut. Und sie färbt auch minimal ab im Laufe des Tages. Also alles in allem, ganz ehrlich, sie macht nichts besser als zum Beispiel die hier von Essence. Kostet aber zehnmal so viel. Also ich finde, sie ist ihr Geld nicht wert. Ich glaube, es gibt definitiv bessere Mascaras von Lancome. Ich habe mich da noch nicht durchgetestet, weil ich einfach finde, in der Drogerie gibt es sehr viele gute Mascaras. Aber ich glaube, es gibt sehr viel bessere als jetzt diese hier. Die ist so, wenn man perfekte Wimpern hat, okay. Aber ansonsten, nee. Übrigens, gebt unbedingt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Mascara-Vergleiche. Denn ich liebe Mascara. Das ist meine große Leidenschaft, mein liebstes Schminkprodukt überhaupt. Und deswegen teste ich auch gern neue. Und wenn ihr da immer von mir auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und jetzt machen wir weiter mit P2. Das ist eine Marke, von der ich sehr, sehr selten Mascara kaufe. Aber die hat mich damals sehr angesprochen. Und zwar ist das die Sophisticated Volume & Stretch Mascara. Und die hat mich vor allem wegen dem Bürstchen angesprochen. Das ist ein sehr bauchiges Gummibürstchen, das vorne auch nochmal Noppen hat. Und ich muss sagen, man kann mit diesen Bürstchen so gut tuschen. Das ist der absolute Wahnsinn. Sie greift wirklich jedes Härchen. Und mit diesen Borsten vorne kann man richtig außen nochmal und innen tuschen. Also das Bürstchen finde ich einfach nur genial. Allerdings bekommt irgendwie das Bürstchen oder... Ja, man bekommt mit dem Bürstchen nicht genug Mascara auf das Auge, finde ich. Und irgendwie funktioniert da was nicht so ganz. Ich finde das Bürstchen genial. Aber in Kombi mit der Wimperntusche und wie das hier abgestriffen wird, funktioniert es für mich nicht. Und man muss wahnsinnig viel schichten. Also auf dem Foto habe ich unglaublich viele Schichten drauf, damit man überhaupt was sieht. Für mich ist das die perfekte Mascara, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte... Sorry, aber es nervt mich gerade. Geht mein Nagellack hier ab. Da kriege ich die Krise. Kriegt ihr da auch die Krise? Alter Schwede, ich hasse das. Aber machen wir mal weiter. Und zwar, ich finde die Mascara perfekt, wenn man einen super natural Look haben will. Und das will ich manchmal. Zum Beispiel solche Lippen im Alltag und dann aber die Wimpern so ganz federleicht und kaum was drauf, nur ein bisschen eingefärbt. Dann ist die perfekt, weil sie super trendt, weil man überall rankommt. Oder auch für Leute, die gerade erst anfangen mit Mascara. Damit kann man nicht patzen, damit kann man sich nicht irgendwie blöd verschmieren oder sowas. Überhaupt nicht damit. Die färbt auch nicht ab. Das finde ich gut. Aber eben nur für diesen speziellen Look oder für Schminkanfänger oder für die Schule, wo man sagt, ich will einfach schwarze Wimpern, die ein bisschen getrennt werden, aber nichts Auffälliges. Noch eine Essence-Mascara ist mit im Bunde. Und zwar ist das die Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Die habe ich früher wahnsinnig gern benutzt. Dann ging sie aus dem Sortiment und dann kam sie irgendwie wieder ins Sortiment. Und dann habe ich sie mir damals gleich gekauft. Und zwar ist das eine Mascara, die ein wahnsinniges dickes Bürstchen hat. Ein normales Bürstchen, aber sehr, sehr dick. Ein bisschen bauchig. Ich finde, es könnte ein bisschen dünner sein, aber ich komme damit schon klar. Und man kann damit sehr, sehr gut tuschen. Sie macht jetzt auch, finde ich, keine großartige Länge. Ich meine, das verspricht sie jetzt auch nicht, sondern sie verspricht Volumen. Und das macht sie. Sie trennt die, wenn man gut sieht. Sie ist voluminös. Das ist eine Mascara. Ich habe morgens verschlafen, dann nehme ich die, weil ihr braucht da euch keine Sorgen machen. Die mache ich in zwei, drei Schichten drauf und das ist okay. Und ich muss nichts trennen. Ich patze nicht. Es sieht einfach okay aus. Und dafür mag ich die und für den Preis. Und das ist einfach so was ganz Unkompliziertes, auch für den Alltag. Ein bisschen, wenn sie noch ein bisschen mehr Länge schenken würde, wäre sie perfekt. Aber ich kombiniere sie dann oft. Die für Volumen und drüber eine für Länge. Und dann ist es top. Ich hoffe sehr, ich habe euch mit diesem Mascara-Vergleich geholfen. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Lieblings-Mascara ist und natürlich, ob ihr noch mehr Mascara-Vergleiche von mir sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Cozy House.